Ich bin Sigrid Artmann, freischaffende Künstlerin, lebe und arbeite in Ludwigsburg. Meine Leidenschaft gilt der Schrift, mittels Worten und Sprache etwas auslösen, ein Denken anstoßen über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse, aber gleichzeitig ein Denken, das sich neugierig auf den Weg macht, um neue Wege zu finden, neue Worte zu kreieren, eine neue Sprache entdecken. Meine Kunstwerke gestalte ich einerseits in meinem Atelier und andererseits gehe ich auf die Straße und mache dort Guerilla Street Calligraphy, um die Menschen vor Ort direkt zu erreichen. Ein wichtiges Standbein sind die Workshops, denn ich bin als Dozentin tätig in freien Kunstakademien und auch in Bildungseinrichtungen. Dort unterrichte ich Schrift und Kunst und ich möchte damit die Freiheit im Schreiben und im Künstlichen, Künstlerischen Ton vermitteln. Künstlerische Tonnen